Porsche European Open 2023 Pro-Ans. Willkommen auf dem Team von Deutschland Maximilian Kiefer. Es macht sehr viel Spaß. Wir spielen eigentlich alle ziemlich gut hier in dem Flight. Also es läuft gut bisher. Es ist wie jedes Jahr wirklich sensationell für Amateur-Golfer mal auf so einen Platz zu spielen. Die Grüns sind unglaublich. Das ist wie Glas. Die Fairways sind wie die Grüns, auf denen ich sonst spiele. Also das ist jedes Jahr wieder einfach fantastisch und macht eine Menge Spaß. Wir haben hier überragende Bedingungen. Es ist ein mega Event, was hier auf die Beine gestellt wurde und macht auf jeden Fall viel Spaß hier dabei zu sein. Das ist natürlich ein ganz anderes Platzverhältnis als wie es man normal gewohnt ist. Aber es macht schon riesen Spaß. Wir haben einen super Flight. Die Jungs sind lang und ich tue mein Bestes, dass das vom Ergebnis her gut aussieht. Nach neun sieht es sehr gut aus bis jetzt glaube ich. Heute ist glaube ich der beste Golftag, den ich je hatte. Zumindest in Deutschland, zumindest in Hamburg. Bestes Wetter. Der Platz ist ultra geil. Also es ist ja genau das, was am größten mir zumindest Spaß macht. Am meisten Spaß macht, dass man so perfekte Bedingungen hat. Morgen spielen die Profis hier und die Grüns sind sehr schnell. Sehr, sehr, sehr schnell. Zu schnell für meine Fähigkeiten, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich mache hier auch Spaß mit und ich habe großen Spaß, muss ich schon sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.